Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Das sind die drei Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in dieser Woche zum 1. Mai gewesen und einige Arbeitgeber und auch Liberale klagen dagegen über den Freizeitpark Deutschland. Das wiederum ärgert Kanzler Scholz. Und schon sind wir irgendwie mittendrin im Thema für diese Woche und auch gleich für diesen Monat, denn anlässlich des Tags der Arbeit starten wir hier im Podcast eine Serie zur Arbeit. Wir diskutieren und sprechen nämlich im Mai über die Zukunft der Arbeit. Ich bin Christian Bollert und dann krempeln wir mal die Ärmel hoch und gehen an die Podcastarbeit. Unsere Arbeitswelt ändert sich langsam, aber spürbar. Ein sichtbarer Punkt ist die Demografie. Immer mehr ältere Menschen gehen in den Ruhestand und viele Jüngere möchten weniger und anders arbeiten. Übrigens auch viele Ältere. Doch neben den schon anfangs skizzierten Polen weniger oder mehr arbeiten, liegt auch eine andere Art von Arbeit. Denn die Wissensarbeit wird immer wichtiger und dadurch verschwimmen auch die traditionellen Gegensätze der Industriegesellschaft, also Arbeit und Kapital. Beispielhaft dafür sind Selbstständige sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler. Eine Gruppe, die laut Statistischem Bundesamt immer weiter wächst. Wissensarbeit ist deshalb auch der Fokus unserer ersten Folge zur Zukunft der Arbeit. Daniel Dettling ist Jurist und Politikwissenschaftler. Er hat den Think Tank für Trend- und Zukunftsforschung Republik gegründet und gehört zum Team des Ende der 90er von Matthias Horx gegründeten Zukunftsinstituts. Dettling forscht zum Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft und insbesondere zu ihren Auswirkungen auf die Politik. Und zu diesen Themen berät er Parteien, Ministerien und Unternehmen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist der Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Deshalb freue ich mich, zum Auftakt unserer Serie zur Zukunft der Arbeit mit ihm darüber sprechen zu können und sage herzlich willkommen im Brandeins-Podcast, Herr Dettling. Hallo und schönen guten Tag. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat in dieser Woche zum Tag der Arbeit gefordert, die Wochen- und Lebensarbeitszeit müsse verlängert werden. Die Gewerkschaften, das haben wir auch schon gehört, fordern kürzere Arbeitszeiten. Wenn man Ihre Texte und Analysen so liest, sind das eigentlich die falschen Debatten, oder? Ja, absolut. Es geht gar nicht um die Quantität, es geht um die Qualität der Arbeit, sprich Produktivität, Kreativität. Das sind die entscheidenden Faktoren, Parameter, auf die es ankommt. Jetzt pauschal nach 40, 32, 35 Stunden zu rufen, bringt überhaupt nichts, sondern es geht um die Qualität. Wie kommen wir denn dahin, dass die Qualität vielleicht zählt und nicht die reine Stundenzahl? Es geht darum, auf die Mitarbeitenden zu hören und die auch aktiv einzubinden. Das machen ja viele Startups, machen das schon vor, wie das gut läuft. Und hier stärker Teilhabe, Einflussnahme von einzelnen Maßnahmen. Das fängt von der Urlaubsgestaltung an bis hin zu den Zeitkonten, zu Sympathicles etc. Da sind viele Selbstständige natürlich schon wesentlich weiter, auch Startups. Da können die großen Tanker, wie ich das gerne nenne, die Dinosaurier der Arbeitsgesellschaft durchaus auch viel lernen. Wenn wir jetzt darüber reden und vor allen Dingen, wenn man so die öffentlichen Debatten verfolgt, dann hat man schon das Gefühl, dass die Tanker oder Dinosaurier immer noch den Diskurs bestimmen. Also gerade jetzt zum Tag der Arbeit war das diese Woche, finde ich, wieder sehr, sehr auffällig, dass das so ein Gegensatz war. Und ich finde Ihre Analyse ganz spannend, dass Sie sagen, Selbstständige und Wissensarbeitende stehen momentan so ein bisschen außerhalb der Debatte von eben Arbeitgebern und Gewerkschaften. Also das spielt wenig eine Rolle in den großen, auch muss man sagen, medialen Diskursen. Dabei haben Sie aber laut Ihrer Analyse ja auch häufig das Kapital, was die Unternehmen heute brauchen und suchen, nämlich Wissen. Genau, wobei, das kann man auch nicht mehr so eindeutig trennen, die abhängig Beschäftigten und die Wissensarbeiter. Da ist gerade bei der jungen Generation vieles im Fluss. Die sehen Sie auch zunehmend auch mit als Unternehmer und auch Wissensgestalter in den großen und kleineren Betrieben. Aber von den Wissensarbeitern, in Anführungszeichen, eigentlich sind wir da auch von der Terminologie, von der Sprache großen Schritt weiter. Gott sei Dank im Vergleich zu den 90er oder Nullerjahren kann man in der Tat einiges lernen. Ja, es geht auch ums Ergebnis, es geht gar nicht um Input, wie viel Zeit man investiert, sondern es geht um Ergebnisse, es geht um Einflussnahme, es geht um Leistung. Das ist ein wichtiger Begriff, der gerade bei den Nullerjahren zunehmend gut ankommt. Und da kann man natürlich gerade von kleinen Betrieben, von selbstständigen Freiberuflern vieles lernen, auch was die Freude an der Arbeit angeht, an den Sinn von Arbeit. Das ist ja ein wichtiges Thema in den letzten Jahren gewesen, wo man gar nicht überhaupt einen Unterschied kann, kann ich überhaupt wirksam eingreifen in Arbeitsprozesse oder auch in Beteiligungsprozesse. Also aus der alten Gewerkschaftsförderung mit Bestimmung wird zunehmend eine Mitgestaltung und die wird auch aktiv eingefordert. Sie beschreiben das ja auch ganz gut, ich sag mal, auch der Begriff Wissensarbeit und die Aufmerksamkeit dafür ist ja auch nicht seit gestern erst da, 90er, Nullerjahre, Zehnerjahre ist das auch schon alles diskutiert worden. Aber Ihre These ist, dass sich der Anteil von Freelancern und Selbstständigen bis 2030 noch auf gut 20 Prozent verdoppeln wird des Gesamtanteils. Wo stehen wir denn da jetzt im Jahr 2024, wenn es um Wissensarbeit geht? Ja, mittendrin. Ich würde sagen, sportlich gesehen im Mittelfeld, auch im Vergleich zu anderen Ländern, die etwas weiter sind. Wir sind eigentlich seit mehr als 50 Jahren ja auch kein klassisches Industrieland mehr. Das hat der Wirtschaftshistoriker Werner Klumper auch schon vor 20 Jahren deutlich gemacht. Aber wir haben immer noch im Mindset, in den Begriffen, auch in den Institutionen, Sozialversicherung, stellen wir immer noch diese alte Industriegesellschaft mit uns herum, weil wir mit ihr auch aufgewachsen sind. Aber wir sind im Mittelfeld, ob wir die 20 Prozent erreichen in den nächsten zehn Jahren, großes Fragezeichen. Wir haben mit und seit der Corona-Pandemie eher einen Rückschritt erlebt, was die Entwicklung von Freiberuflern, von Selbstständigen angeht. Viele sind verunsicher gewesen, sind in die abhängigen Beschäftigungsverhältnisse gegangen, geflüchtet auch. Es liegt auch daran, dass sich ein Großteil, über 90 Prozent der Freiberufler, der Selbstständigen, auch nicht von der Politik ernst und wahrgenommen und unterstützt fühlen. Wir erinnern uns an den letzten Bundestagswahlkampf der SPD. Ohne Scholz, der zentrale Begriff war Respekt. Und da ging es eigentlich um den Respekt gegenüber den abhängig Beschäftigten. Die Selbstständigen spielten da gar keine Rolle und das war jetzt auch in den aktuellen Wahlprogrammen der großen Parteien. Die Selbstständigen tauchten da so gut wie gar nicht auf. Sie haben die Corona-Pandemie angesprochen und da gab es ja tatsächlich von vielen Selbstständigen auch die Kritik und auch Freiberuflerinnen und Freiberuflern, dass sie nicht gesehen werden, dass sie durchs Raster fallen der staatlichen Sicherungssysteme und so. Wird denn die Gruppe der Wissensarbeitenden tatsächlich von Politik und Verwaltung vernachlässigt? Ja, man kann schon von einem Wandel der Politik auch zulasten der Selbstständigen sprechen. Das merkt man in den Programmen, das merkt man in den Begriffen, in den Überschriften. Und das ist eigentlich eher eine fatale Entwicklung. Da waren wir schon mal weiter. Wir waren eigentlich mit den Harz-Gesetzen, Harz-Reformen 2005, Mitte der Nullerjahre, schon einen Schritt weiter, auch was die Vorderpolitik angeht, was die Begriffe angeht. Okay, im Falle ich, IG, kann man geteilter Meinung sein, aber dass wir jetzt gar nicht mehr über Gründungen aus der Arbeitslosigkeit beispielsweise sprechen und auch da die Fördermaßnahmen radikal gekürzt haben, das ist eigentlich ein Schritt in die falsche Richtung. Das ist eher ein Rutschritt als ein Fortschritt. Daniel Dettling, Geschäftsführer und Gesellschafter des Instituts für Zukunftspolitik im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch eingehender darüber, wie sich die Gesellschaft verändert und damit auch, wie wir in Zukunft wahrscheinlich arbeiten werden. Herr Dettling, Sie haben es gerade schon angesprochen und es so ein bisschen als Rückschritt beschrieben. Und ich würde sagen, zumindest, und das habe ich vorhin auch schon ja skizziert, wenn man so die Debatten dieser Woche auch verfolgt, dann hat man manchmal das Gefühl, dass doch dieses traditionelle Denken von Kapitalisten und Arbeitenden immer noch sehr, sehr stark ist, auch gerade in der politischen Debatte. Ja, das sind natürlich auch die alten Kampfbegriffe aus den früheren Zeiten, als die Welt noch übersichtlich war und es klar war, wer der Gute, wer der Böse ist. Die Ausbeutung der Arbeitnehmer, der Arbeiter, Arbeiterinnen durch den Arbeitgeber, durch die Unternehmen, das war das große Thema. Da sind wir aber schon einen wesentlichen Schritt weiter, diese Trennung zwischen Kapital und Arbeit. Wir sehen viele Modelle, Prozesse der Beteiligung, auch was Vermögensbeteiligung angeht, Stichwort Mitarbeiter, Kapitalfonds und so weiter. Da sind gerade viele mittelständische Familienunternehmen wesentlich weiter als die öffentliche Debatte. Also die Ausbeutung durch die Arbeitgeber, durch die Unternehmen ist eigentlich abgelöst worden, eher durch eine Art Selbstausbeutung. Da müssen wir aufpassen, Stichwort mentale Gesundheit. Wir haben es jetzt auch in den letzten Jahren erlebt, dass die Depressionen und psychischen Erkrankungen jetzt auf Platz zwei der Volkskrankheiten sind bei den Fehlzeiten. Und das ist eigentlich die Entwicklung, die uns Sorge machen muss, die quasi Selbstausbeutung. Und da brauchen wir alle, ob Freiberufler, Selbstständige oder abhängig Beschäftigte, mehr Debatte, auch mehr Tools, mehr Werkzeuge, um zu sehen, ja, Moment mal, ich muss aufpassen und muss vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen oder brauche mal eine Auszeit. Und auf der anderen Seite braucht es dann auch Möglichkeiten, sich diese Auszeit nehmen zu können. Und ob bezahlt oder um eine Zahl, sei dahingestellt. Also diese Selbstachtsamkeit, die wird, glaube ich, wichtiger. Und das ist ein Thema, was wir, glaube ich, alle politisch, auch wirtschaftlich noch nicht so auf dem Schirm haben. Da sind wir auch wieder gleich beim großen Thema Sicherheit und auf der anderen Seite natürlich Unsicherheit. Also viele, egal ob jetzt eben angestellt oder selbstständig, spüren so eine große Unsicherheit gerade. Ja, durch die Krisen. Wir haben diese Polikrise, Omnikrise, von der wir alle sprechen und erfahren. Keiner weiß eigentlich, was in den nächsten Jahren passiert. Da ist umso wichtiger, dass die Institutionen verlässlich sind, Grundsicherheiten gewährleisten, Arbeitslosigkeit bei Krankheit, bei Verdienstausfall ist es ganz wichtig. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch eine positive Sprache, Kommunikation der Eliten, vor allem der Meinungsführer in Politikwirtschaft. Und da helfen solche Zitate, die sie anfangs gebracht haben, egal von wem, Gewerkschaften, Arbeitgeber, eigentlich wenig. Das verunsichert die Leute nur, dass es niemand weniger Leistung bringen oder weniger arbeiten. Ganz im Gegenteil, wir haben ja einen Rekord an Beschäftigung, an Arbeitsstunden in Deutschland, historisch gesehen. Und von daher geht es eigentlich eher darum, die Arbeitswelt roman zu gestalten. Das war eigentlich immer der Anspruch auch der Gewerkschaften, die Organisierung der Arbeitswelt. Ich glaube, wir können gerade digitale Technologien sehr viel helfen, uns entlasten, auch künstliche Intelligenz, uns von der sogenannten frohen Arbeit, körperlich Anstrengung, auch psychisch anstrengende Arbeit, uns einen Teil auch abnehmen. Und diese Diskussion sollten wir führen. Ich glaube, dann ist die Frage, ob wir jetzt 30, 32 oder 40 Stunden arbeiten, die stellt sich dann gar nicht. Dann wechseln wir doch genau mal in diese Perspektive. Und Sie haben den Rückschritt beschrieben, den Sie wahrnehmen in den letzten Jahren seit der Corona-Pandemie, eher dann doch wieder hin zu diesem klassischen Modell. Was wäre denn ein Fortschritt, also auch staatlicherseits, wie man auf die neuen Arbeitsmodelle auch eingehen kann und genau diese Sicherheiten beispielsweise bieten? Ja, wir sollten Arbeiten im Plural diskutieren. Nicht die eine Arbeit, vor allem die Care-Berufe zeigen ja, also die Pflegenden, die sorgenden Berufe zeigen, dass es auch andere Formen von Arbeit gibt. Sorgearbeit, Familienarbeit, Pflegearbeit. All dies wird gar nicht gesehen. Also Polywork ist eigentlich der Terminus technicus, der Begriff aus der Trendforschung. Da geht es um eine Vielzahl auch neuer Arbeitsmodelle jenseits von einem einzigen Arbeitgeber. Es gibt ja auch zunehmend selbstständige Freiberufler, die haben beides. Die sind selbstständig und angestellt und mal abwechselnd, mal gleichzeitig, haben mehrere Jobs und das auch freiwillig. Und darum wird es in Zukunft gehen. Ja, wir arbeiten eben gleichzeitig auch für verschiedene Unternehmen. Dieser Trend der Überindividualisierung, auch Flexibilisierung der Arbeit, da schwörst du die bisherigen Grenzen, auch Modelle auf. Und das geht vor allem nur um die jungen Menschen, die hier eher, so meine Beobachtung, Portfolio-Karrieren anstreben, wo sie ihre Interessen und Talente auch Fähigkeiten voll ausleben und gestalten können. Ja, und das macht es schwieriger, das macht es komplexer. Da brauchen sie, Stichwort mentale Gesundheit, auch mehr Unterstützung. Aber sie wollen da auch nicht mehr zurück in die sogenannte alte Arbeitswelt, wo es eben nur, in Anführungszeichen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer gab. Wo Sie den Aspekt hier ansprechen, wir haben, ich glaube, ziemlich genau von einem Jahr, also im vergangenen Jahr mit der Soziologin Karin Jurczyk hier im Podcast auch über ihr Optionszeitenmodell gesprochen. Das verspricht, dass die Erwerbs- und Sorgearbeit gerechter verteilt und auch an die konkreten Bedürfnisse der Menschen im jeweiligen Alter angepasst wird. Also in eine ähnliche Richtung gehen ja auch Ihre Gedanken zu, ich sage mal, jeweils passenden Arbeitsformen pro Lebensabschnitt oder eben im Portfolio, dass ich Dinge kombinieren kann. Wie schaffe ich das denn, dass das tatsächlich dann funktioniert und nicht zu mehr Unsicherheit beispielsweise führt? Ja, gehen wir natürlich auch Modelle der Grundsicherheit, auch der monetären, der finanziellen Grundsicherheit anbieten. Ob das jetzt ein Modell des Bürgergeldes ist, das ist das eher, dass der FDP lieber auch alle Modelle oder des bedingungslosen oder bedingten Grundeinkommens sei ja hingestellt. Es baut auf jeden Fall so eine Art Grundsicherheit, die auch finanziell sich darstellt. Ja, also da sind wir noch nicht weit. Da misstrauen wir eher den Leuten und sagen, ah, da braucht es eine Bürokratie und eine Kontrolle. Es können doch da ein, zwei, drei Prozent Missbrauch betreiben. Das haben sie immer. Missbrauch gibt es immer. Aber ich denke, bei ein, zwei, drei Prozent ist das überschaubar. Da braucht man jetzt nicht die Form von Bürokratie-Boost und Kontroll-Boost, sondern wir sollten das Personal, was wir haben, auch in den Verwaltungen eher dafür einsetzen, dass die Finanzierung läuft, dass die Förderung läuft, dass die Beratung läuft. Also mehr Beratung, weniger Kontrolle. Und dann braucht es natürlich auch mehr Wechselmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Erwerbsformen. Das muss leichter möglich sein. Auch hier hilft weniger Bürokratie. Wir haben ja umfassende Berichtspflichten für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe. Da kann man sich einiges vorstellen, was möglich ist in Sachen Bürokratieabbau. Und last but not least, wir sollten anfangen, glaube ich, auch positiv wieder über Selbstständigkeit, Freiberufler, Freelancer sprechen. Also so Begriffe wie Scheinselbstständigkeit und Solo-Selbstständigkeit, das diffamiert auch die Leute eher. Das sollten wir in Zukunft unterlassen. Wo Sie die verschiedenen Arbeitsformen ansprechen, finde ich auch einen Gedanken von Ihnen sehr, sehr interessant. Sie sagen nämlich, gerade da beratend, welche Arbeitsformen passen vielleicht gerade auch zu mir, könnten Gewerkschaften auch eine große Rolle spielen aus Ihrer Sicht? Genau, genau. Die sind absolut da auch einen Schritt weiter. Das tragen Sie leider öffentlich weniger aus. Aber wenn man auf der Fachebene spricht mit Gewerkschaften, da sind die auch schon wesentlich weiter und versuchen gerade auch sogenannte Clickworker, der Begriff fällt ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Das war so ein Begriff, der vor zehn Jahren, die Menschen, die vor allem in der Internetwirtschaft, im Digitalisierungsbereich und unterwegs sind, im Plattformenbereich, die versuchen, sie aktiv einzubinden. Und da führen sie auch Dialoge, führen sie auch Gespräche. Also da passiert einiges. Und von daher ist dieser 1. Mai eher so ein folklore Tag. Das ist fast wie Weihnachten. Man erinnert sich an die vermeintlich gute alte Zeit, er hält da die Begriffe und Lieder hoch. Aber die Gesellschaft ist wesentlich weiter. Und so gesehen erleben wir da zwei Welten. Die alte Arbeitswelt wird noch irgendwie gefeiert, aber auch die Gewerkschaften leben schon längst in der neuen Poli-Work-Arbeitsgesellschaft. Also ich höre daraus, Sie sind auch sehr optimistisch, dass wir auf diesem Weg auch weiter vorankommen und möglicherweise auch uns aus dem Mittelfeld irgendwann mal rausarbeiten? Ja, gutes Mittelfeld ist ja auch schon was im Vergleich zu anderen Ländern. Vielleicht sind wir auch zu, ja, was soll man sagen, zu verwöhnt, erfolgsverwöhnt. Wir wollen immer auf Platz 1 und Platz 2 stehen. Und im Sport haben wir gesehen, dass auch andere Länder inzwischen im Fußball bei anderen Sportarten weiter sind als wir. Das war vielleicht auch für viele ein Schock. Aber ich denke, die Messlatte sollte nicht zu hoch sein, sondern eher beständig sich verbessern. Und wenn dann nachher wieder die Champions League winkt oder die Welt- oder Europameisterschaft, ist das gut. Ja, aber das ist ja kein Ziel an sich, sondern die Leute sollen zufrieden sein, sollen Vertrauen wieder fassen, Zuversicht fassen. Daran mangelt es in diesem Land am meisten. Und dann brauchen wir auch sicherlich neue Überschriften. Ich habe das mal in der Begrifflichkeit des Talentismus versucht zu übersetzen. Also statt Kapitalismus geht es in Zukunft um Talentismus, um den Faktor Mensch. Und da zeigt ja gerade der technologische Fortschritt, die Digitalisierung, dass wir als Menschen eher auf- und nicht abgewertet werden. Dass die menschlichen Tätigkeiten besser bezahlt werden. Das haben wir auch innen und mit der Corona-Pandemie erlebt. Da gab es ja einen wahnsinnigen Aufbau auch an neuen Bezahlmodellen, gerade in den pflegenden Berufen, in den Erzieherberufen. Die haben ja teilweise zweistellige Lohnzuwechsel bekommen in den letzten Jahren. Also das zeigt ja, dass der Talentismus sich auch auszahlt. Und gerade in dem Faktor stehen natürlich die Gewerkschaften, aber auch intelligente, kreative Unternehmen eine große Rolle. Und wie anfangs gedacht, da können wir sehr viel auch von den Start-ups lernen. Ich bin gleich wieder da. Herr Detling, kommen wir noch mal zum Stichwort Sicherheit vielleicht auch zurück. Da gibt es ja auch einen sehr konkreten Vorschlag, nämlich zum Beispiel die Künstlersozialkasse auch so ein bisschen als Vorsorgeinstrument auszuweiten, um eben ein bisschen flexibler zu sein mit verschiedenen Auftraggebern und so weiter. Bisher ist da ja der Kreis der potenziell Teilnehmenden eher klar umrissen und ziemlich überschaubar. Ist das ein Ansatz, so etwas zum Beispiel sich zu nehmen und ein altes Instrument aufzubohren und flexibler zu machen? Ja, die Künstlersozialkasse KSK ist sicherlich ein bewährtes Instrument und sollte auch so eine Art Auffangsicherungsmodell sein, Institutionen sein, um Sicherheit auch zu garantieren, zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Beispiel, auch ein Erfolgsbeispiel, wie es gelingen kann. Das kann man sicherlich auf die Rente, auf die Arbeitslosenversicherung, auf die Krankenversicherung übertragen. Aber hier sind ja aktuell die Selbstständigen und Freiberufler eher der Nachteil, weil sie im Vergleich zu abhängig Beschäftigten noch höhere Beiträge zur Sozialversicherung zahlen müssen. Von daher hier mehr Gerechtigkeit, mehr Grundsicherheit. Alles andere kann man zusatzversichern, muss man auch zusatzversichern. Aber an den klassischen gesetzlichen Versicherungsmodellen mehr Grundsicherheit, weniger Bürokratie. Und alles andere liegt, glaube ich, dann auch an den einzelnen Versicherten, sich dann entsprechend auch Zusatz zu versichern und in gewisser Weise auch eigenverantwortlich zu sein. Also von daher wird es eher so ein gestuftes Modell der Sicherheit, wie eben die Schweizer sprechen, vom Cappuccino. Die Grundsicherheit macht der Staat. Dann private Vorsorge, Zusatzversicherung plus Betriebe, Beschäftigte, Auftraggeber, Arbeitgeber. Diese Art von Dreistufigkeit, um die wird es in Zukunft gehen. Das heißt aber jetzt ganz konkret, bei der Künstler Sozialkasse könnten Sie sich schon vorstellen, dass man beispielsweise die Kreativwirtschaft und vielleicht auch noch viele andere Freiberufler damit reinnimmt. Absolut. Alle, die nicht hier drin sind, sollten da rein. All die Gruppen, die noch nicht drin sind, müssen da auch rein, weil wir steuern auf eine Welle von Altersarmut zu, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Und von daher auf jeden Fall ausbauen und hier alle reinnehmen. Und bei den Hochqualifizierten, das haben Sie auch schon angedeutet, und vor allen Dingen ja häufig dann auch sehr gut bezahlten Freelancern, da plädieren sie eher so für freiwillige Angebote. Und da gibt es ja aber auch wiederum Leute, Kritiker, die dann sagen, naja, private Krankenversicherung war jetzt auch nicht so der absolute Erfolgsfall oder auch so Vorsorgemodelle wie Rürup, die haben jetzt auch nicht so richtig gut funktioniert. Was sagen Sie denn denen? Ja, irgendeine Form der Pflichtversicherung sollte es da auch für die geben, die zumindest irgendwo einzahlen. Das kann ja auch nicht gesetzliche Rentenversicherung sein. Weil so schlecht ist die gar nicht wie ihr Ruf, sondern es gibt auch zunehmend viele, die da freiwillig einzahlen, auch mehr einzahlen, je älter sie werden, weil die Rendite doch gar nicht eben so schlecht ist. Also all diese Modelle sind wirklich wichtig. Es ist, glaube ich, dass jeder, jede weiß, er oder sie muss vorsorgen, muss sich versichern. Und das sollte aber möglichst gerecht und bürokratiearm sein. Darauf wird es ankommen. Und klar, besonders Erfolgreiche können sich da auch nicht freikaufen und sagen, ja, ich zahle da privat oder mache da irgendwas privat. Da würde ich die Beitragsbemessungsgrenzen auch so gestalten, dass wirklich jeder da auch mit einer Art von Grundfinanzierung dabei ist. Das ist einfach ein Ausfluss des Solidarprinzips. Jetzt bin ich zwar Cappuccino-Trinker, aber das von Ihnen erwähnte Modell aus der Schweiz kenne ich jetzt persönlich nicht. Was ist da die Idee, dass es so verschiedene Ebenen gibt? Also so eine Art, ich sage mal, Grundbasis und alles, was dann dazukommt, ist dann nochmal extra? Ja, es ist keine Umverteilung von den nicht ganz reichen zu den nicht ganz armen und umgekehrt, sondern das ist letztendlich auch eine Deckelung der Beiträge und der Rente nach oben. Ja, also wer viel einzahlt, bekommt nicht viel zurück, sondern bekommt ein Maximum. Und den Rest, den er oder sie gerne hätte, ein Lebensstandard oder Versicherung, muss er oder sie selber bezahlen. Ja, das ist eigentlich eine Umverteilung von oben, von den Besserverdienenden, die eben auch bessere Voraussetzungen hatten, Stichwort Elternhaus, Ausbildung und so weiter, zu den ärmeren, prekär Beschäftigten oder Selbstständigen. Ja, und das ist eigentlich das Modell, was mir vorschwebt. Das wäre eigentlich ein gerechteres Modell. Es wäre auch ein Modell, was eine Grundsicherheit und auch ein Grundvertrauen gewährleistet. Und insgesamt ist das auch wesentlich flexibler und passt besser in die Zeit der Wissensgesellschaft als der Industriegesellschaft. Das heißt, die Kaffeetasse und der Kaffee, die kommen vielleicht vom Arbeitgeber und vom Staat, aber wer dann oben noch den Milchschaum braucht und will, der muss den sich selber organisieren. Genau, zum Beispiel. Oder durch Auftraggeber oder wie auch immer. Oder durch Erbe. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Aber alles, was on top kommt, muss entsprechend zusätzlich versichert werden. Ihr aktuelles Buch, das heißt Eine bessere Zukunft ist möglich. Was macht Ihnen denn persönlich Mut für den Arbeitsmarkt der Zukunft? Ja, interessanterweise die Geschichte, das, was wir in den letzten 150, 200 Jahren ja erreicht haben und jede technologische Revolution hat uns ja einen Schritt weitergebracht, hat mehr Wohlstand generiert, auch individuellen Wohlstand ermöglicht. So gesehen geht die Treppe eigentlich aufwärts. Wir haben jetzt zwar so einen Peak und erleben gerade so eine Zäsur, glaube ich, auch durch die vielen Krisen der Welt. Aber auch hier werden wir, glaube ich, durch dieses Delta, durch dieses Tal durchgehende Krisen und können, wenn wir jetzt richtig umsteuern und die Institutionen, vor allem die Sozialversicherungen, neu aufstellen, die Gesetze anpassen an die neue Zeit, können wir, glaube ich, auch wieder eine Zukunft erleben in den nächsten 20, 30 Jahren, die uns auch eine neue Form von Wohlstand bringt. Ja, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial, auch demokratisch. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch wollen. Also diese Zeit ist immer höher, schneller, weiter, ist vorbei. Das sehen viele ein und finden viele, glaube ich, auch ganz gut, weil es eben nur ökonomisch definiert war bislang. Und jetzt geht es eigentlich auch um ökologischen und sozialen Wohlstand und Wachstum. Und so gesehen bin ich eigentlich da durchaus optimistisch, dass uns diese Art von Zukunft gelingen kann. Daniel Dettling hier im Brandeins-Podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für die Sichtweisen und Perspektiven und auch für den Podcast Cappuccino. Sehr, sehr gerne. Spaß gemacht. Vielen Dank. Mit Daniel Dettling gibt es auch ein sehr lesenswertes Gespräch mit dem Titel Mehr Mut im Brandeins-Themaheft Die besten Wirtschaftskanzleien 2021 und online natürlich auch auf brandeins.de. Darin erklärt er, warum Selbstständige und Wissensarbeiter aus seiner Sicht von der Politik vernachlässigt werden. Wir verlinken euch den Artikel digital in den Shownotes und im begleitenden Online-Artikel bei Detektor FM. Dort findet ihr auch die sehr hörenswerte Podcast-Episode mit Karin Jurczyk Atmende Lebensläufe statt Washhour des Lebens, in dem sie ihr eigenes Lebens- und Arbeitszeitenmodell nochmal sehr ausführlich erläutert. Wenn unser Podcast hier von Brandeins und Detektor FM euch gefällt, dann folgt uns doch gern, wo auch immer ihr eure Podcasts so hört. Egal ob Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, RTL Plus oder auch Spotify. Und wenn ihr uns und vielleicht auch allgemein die offene Podcast-Welt aktiv unterstützen wollt, dann nutzt doch eine originäre Podcast-App, wie zum Beispiel Castro, Overcast, Podcast Addict oder Pocket Casts. Kommende Woche vertiefen wir dann hier das Thema Zukunft der Arbeit, denn dann soll es hier im Podcast um das Ökosystem der Kultur- und Kreativwirtschaft gehen, die wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben. Und dafür sind wir mit Carsten Broster, dem Senator für Kultur und Medien der Stadt Hamburg, verabredet. Ich will mit ihm über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung dieses Ökosystems sprechen und die Frage diskutieren, wie kreativwirtschaftliches Handeln und Wirtschaften verbessert werden kann. Podcasts und Medien allgemein sind übrigens auch ein Teil der Kreativwirtschaft und deshalb freue ich mich persönlich besonders darauf, wenn wir uns am Freitag nach Himmelfahrt hier an dieser Stelle wiederhören. Kommt gut in und durch den Feiertagsmonat Mai. Der Brandeins-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brandeins-Magazin. Moderation Christian Bollert. Moderation Christian Bollert.